Kannst du dir Mixing und Mastering oder Musikproduktion im Allgemeinen nur über frei zugängliche Ressourcen wie YouTube oder Google selber beibringen? Wir werden sehen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist Musikproduktion in Logic Pro. Ich wiederhole die Frage gleich nochmal. Ist es tatsächlich möglich, Mixing, Mastering, Musikproduktion, ist es möglich, dir das beizubringen, selbst beizubringen in der Do-It-Yourself-Methode und zwar nur über die frei zugänglichen Ressourcen wie YouTube oder Google? Das würde ich gerne in diesem Video erörtern und ich möchte dieses Video in drei Teile teilen. Als erstes mal möchte ich diese Aussage hier nochmal ein bisschen genauer hinterfragen in Teil 1, weil sie doch im Internet so kursiert. Im zweiten Teil möchte ich dir gerne zwei Geschichten erzählen von zwei unterschiedlichen jungen Producern, die zwei unterschiedliche Ansätze gefahren haben, um schnell Musikproduktion und Mixing zu lernen. Und im dritten Teil möchte ich dann zum Fazit kommen und im dritten Teil interessiert mich dann natürlich auch deine Meinung und deine Geschichte, wie hast du dir eigentlich Musikproduktion, Mixing, Mastering beigebracht? Okay, wir fangen an. Schauen wir doch mal direkt bei Google rein und geben zum Beispiel als Suchbegriff professioneller Mix ein und wow, da siehst du schon, du hast mehrere Millionen Ergebnisse. Das kannst du auch für andere Suchbegriffe natürlich machen und da muss man ganz klar sagen, ja, YouTube, Google, das Internet im Allgemeinen, das sind einfach fantastische Quellen, in denen du kostenlose Ressourcen hast, in denen du ganz viel über Musikproduktionen lernen kannst. Also es gibt zigtausende von deutschsprachigen und auch noch viel mehr englischsprachige YouTube-Videos, Tutorials zu jeder Frage, zu jedem Aspekt der Musikproduktion, zu jedem Mixing-Aspekt. Es gibt wahnsinnig viele Blogartikel, irrsinnig viele Musikproduktionsblogs für jeden Musikstil und es gibt nicht zuletzt auch viele, viele Foren und offene Facebook-Gruppen, kostenlose Facebook-Gruppen, in denen du Fragen kannst, deine Fragen stellen kannst, dich mit anderen Interessierten austauschen kannst. Also ist doch die erste kurze Antwort, kannst du dir Musikproduktionswissen komplett in der Do-it-yourself-Methode mit Google und YouTube aneignen, ohne Geld für irgendwelche Online-Kurse ausgeben zu müssen, ist doch zunächst mal, ja, das kannst du. Aber ist diese Aussage tatsächlich vollumfänglich richtig? Damit wir jetzt nicht in diese übliche, langweilige Pro- und Kontra-Diskussion reingeraten, solltest du jetzt Geld für Online-Kurse ausgeben, lohnt sich das oder ist das totaler Quatsch, du kannst das tatsächlich alles über YouTube selber lernen, möchte ich dir gerne zwei Geschichten erzählen. Ich möchte es dir einfach aus zwei Perspektiven aufzeigen, welche Möglichkeiten es geben könnte, um die Musikproduktion beizubringen. Und ich fange an mit Beispiel Nummer 1, nennen wir ihn mal Tom. Tom ist 19 Jahre alt und er hat es beschlossen, er möchte gerne seine Songs, die er aufgenommen hat, nehmen wir mal an, in Logic, die möchte er jetzt selber abmischen. Er hat noch nicht wirklich viel Ahnung, das eine oder andere Video hat er sich schon angeguckt, aber er hat sich jetzt Logic runtergeladen, hat es sich gekauft und jetzt möchte er loslegen. Sein Plan dafür, er möchte sich alles selbst über YouTube-Tutorials beibringen, denn er hat viele motivierende Storys dazu im Internet gelesen, insbesondere in Internetforen, wo Leute geschrieben haben, hey, das ist kein Problem, ich habe mir alles selber beigebracht, das ist easy, es gibt Tutorials für alles, es gibt sogar Minikurse für alles, das kannst du dir selber beibringen und meine Produktionen sind dadurch viel besser geworden. Also fühlt er sich bestätigt und er legt los von jetzt an, schaut er jeden Tag 10, 20 YouTube-Tutorials zu sein, fragen, wie fängt man überhaupt ein Mix an oder wie mische ich die Bassdrum richtig oder was ist eine Top-Down-Mixing-Methode, wie produziert man richtig und damit ist er mehrere Stunden pro Tag beschäftigt. So, und jetzt sage ich dir direkt was. Mit dieser Methode, mit diesem Rumgesuche, mit diesem stundenlangen Rumgesuche auf YouTube oder sonst wo, wird Folgendes passieren. Er wird innerhalb der nächsten sechs Monate immer weniger abmischen, weil er so damit beschäftigt ist, nach irgendwelchen Wissensquellen zu suchen, die ihm seine Fragen zu beantworten. Zum einen, was zum zweiten passieren wird, ist, er wird sich nicht verbessern. Denn durch diese ganzen YouTube-Videos und YouTube-Tutorials, die er sich da anschaut und diese ganzen Blog-Artikel, die er liest, bekommt er immer hier und da so Wissensschnipsel für bestimmte Mixing-Situationen. Also er weiß zum Beispiel, auf was muss ich achten, wenn ich Bassdrum und Bass zusammen mische, auf was muss ich achten, wenn ich eine vorzehrte Gitarre mische, auf was muss ich achten, wenn ich Hall einsetze. Das sind immer so kleine Wissensschnipsel, wie so kleine Lichter, die aufklinken, aber das große Ganze, wie man jetzt eigentlich richtig abmischt von vorne bis hinten, das versteht er noch nicht richtig. Das ist für ihn immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und deswegen meldet er sich jetzt bei Facebook-Gruppen an. Er stellt da ein Profil bei Facebook-Gruppen, bei Foren und stellt dort seine Fragen. Aber auch das ist stellenweise richtig frustrierend, denn oftmals werden seine Fragen einfach gar nicht beantwortet. Und wenn sie beantwortet werden, dann verwirren sie ihn teilweise noch mehr, denn Producer A gibt ihm diesen Tipp, wohingegen Producer B ihm diesen Tipp gibt, der am Ende oder manchmal sogar völlig gegensätzlich ist und somit weiß er gar nicht mehr richtig, was er machen soll. Also offensichtlich, das merkt er schon, gibt es viele unterschiedliche Ansätze und das kann gerade als Anfänger schon ganz schön überwältigend sein. Tom war auch so schlau, dass er ein paar hundert Euro zurückgelegt hat für seine Producer-Karriere, für seine Mixer-Karriere und davon, von diesen paar hundert Euro, kauft er sich jetzt Waves-Plug-Ins, weil er gesehen hat in YouTube-Tutorials, dass Andrew Scheps diese benutzt. Und das ist ja ein großer Mischer und deswegen kauft er sich die natürlich, weil er will so klingen wie er. Der begeistert ihn und er möchte natürlich diesen professionellen Sound haben. Er kauft sich also mehrere Waves-Plug-Ins, die relativ komplex sind. Er lädt sich die Manuals runter, die mehrere Dutzend Seiten haben. Er weiß noch nicht so wirklich, wie diese funktionieren. Das ist komplex, das ist alles sehr kompliziert für ihn, aber er wird es schon rausfinden, stimmt's? Wenn er also sich an seine DAW setzt, was übrigens in letzter Zeit immer seltener passiert, weil er so beschäftigt ist, damit Wissen aus dem Internet zu saugen, dann ist er meistens damit beschäftigt, sich zu überlegen, ob er jetzt erst die DAW-internen-Plug-Ins seiner DAW lernen soll oder ob er vielleicht doch gleich ein Pro-Plug-In, das er sich von Waves gekauft hat, anschauen soll. Das kostet ja auch einige Zeit. Er ist damit beschäftigt, rauszufinden, in welchem Teil der Signalkette der EQ jetzt eingesetzt wird. Als erstes vor dem Kompressor oder nach dem Kompressor, vor oder nach dem Hall oder noch ein zweiter EQ nach dem Hall. Das hat er nämlich auch mal im YouTube-Tutorial gesehen. Er versucht herauszufinden, wenn man Gain-Stations macht, in so einem Spegel, das hat er auch mal gesehen, das ist eigentlich noch wichtig als EQ in der Signalkette Es ist sehr, sehr viel Information und er sitzt da vor seinem Mix und er weiß aber nicht so wirklich, was er jetzt eigentlich machen soll. Nach besagten sechs Monaten, die er wirklich motiviert angefangen hat, ist Tom schon ganz schön frustriert, weil er nicht wirklich weiterkommt und weil er auch tatsächlich nicht wirklich einen einzigen Mix fertiggebracht hat, zumindest nicht zufriedenstellend. Deswegen entschließt er erst mal zwei Wochen Pause zu machen und gar nichts zu machen, um sich das Ganze setzen zu lassen. Und er hofft immer noch darauf, dass es irgendwann schon Klick machen wird und dass es dann noch was werden wird mit seiner Musikproduzenten-Karriere. Glaubst du das auch? Kommen wir jetzt zu Beispiel 2. Nennen wir ihn mal Chris. Auch Chris möchte seine Songs in Zukunft selber abmischen und hat sich eine DAW, also ein Musikproduktionsprogramm, seiner Wahl gekauft. Auf den Kauf von teuren Drittanbieter-Plug-Ins verzichtet er erst mal, weil ein Kumpel, der schon lange in der Branche arbeitet, ihm gesagt hat, er soll erst mal anfangen mit den Native-Plug-Ins seiner DAW. Die reichen fürs Erste völlig aus. Chris ist voll berufstätig und ist sich voll bewusst darüber, dass seine Zeit limitiert ist und dass er nur wenige Stunden am Tag an seiner Karriere arbeiten kann. Und deswegen sucht er nach Möglichkeiten, wie er sich schnell verbessern kann beim Abmischen und wie er effektiv lernen kann. Nicht, weil er irgendeine billige Abkürzung sucht, sondern weil er schlau ist. Als Unternehmensberater weiß er, dass du wirklich wertvolles Wissen von den Profis nicht umsonst bekommst, in keiner öffentlichen Quelle. Und deswegen schaut er sich ein paar YouTube-Videos an von YouTubern, die Mixing-Musikproduktion in seiner DAW erklären und entscheidet sich schließlich für einen, bei dem er ein gutes Gefühl hat und der auch so erklären kann, dass er es versteht. Von diesem einen YouTuber kauft er jetzt einen Online-Kurs. In diesem Online-Kurs mischt dieser YouTuber einen kompletten Song von vorne bis hinten ab und zusätzlich meldet er sich auf dessen Mitgliederseite an, damit er gleich direkt mit ihm in Verbindung treten kann und ihm Fragen stellen kann. Er schaut sich also diesen Online-Mixing-Kurs an und während er sich ihn anschaut, mischt er zeitgleich mit den gezeigten Methoden, mit den vorgestellten Techniken einen seiner eigenen Songs ab. Nachdem er den Kurs durchgearbeitet hat und sein Mix ist seiner Meinung nach fertig, lädt er ihn im Forum hoch, bei dem er sich auch angemeldet hat, und fragt nach Feedback. Was sagt er jetzt eigentlich zu meinem ersten eigenen Mix? Und natürlich bekommt er von den anderen Forum-Mitgliedern sofort viele gute Ratschläge, was er besser machen könnte, was er schon gut gemacht hat und wer er im Allgemeinen sich verbessern könnte. Innerhalb der nächsten sechs Monate mischt er fünf Songs ab und zwar immer nach der gleichen Methode, nach dem System, nach dem Mixing-System, das er von diesem YouTuber gelernt hat in dessen Online-Kurs. Das heißt, er weiß immer genau, was er wann zu tun hat und das wendet er auf seine eigenen Mixe an. Selbstverständlich lädt er diese auch immer im Forum hoch, sodass er Feedback bekommt, dass er wieder Verbesserungsvorschläge bekommt, dass er wieder weiß, was er noch besser machen könnte. Natürlich sind auch seine Produktionen nach den ersten sechs Monaten noch keine professionellen Musikproduktionen, aber verglichen zu dem, was er vor wenigen Monaten noch fabriziert hat, ist das ein echter Meilenstein und diese Mixe können sich tatsächlich schon wirklich hören lassen. Okay, erkennst du den Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten, zwischen Tom und Chris? Beide wollen ihre Songs selber abmischen, beide haben den Traum, vielleicht als Musikproduzent, vielleicht auch nur nebenberuflich tätig sein zu können. Der eine, Tom, zieht sich täglich tonnenweise YouTube-Tutorials rein, liest sich durch x-Blog-Artikel, kauft sich teure Pro-Plug-Ins und versucht mit dieser Do-It-Yourself-Methode irgendwie auf ein höheres Level zu kommen. Der andere, Chris, sucht sich einen Mentor. Einen Mentor, der so erklären kann, dass er es gut verstehen und nachvollziehen kann, er eignet sich dessen System, dessen Methode an, er mischt viel ab, so viel wie möglich und er holt sich in Foren Feedback für seine Songs, also andere Meinungen, damit er sich verbessern kann. Und schon nach wenigen Monaten hat er die ersten ganz ordentlichen Mixe zusammen. Was ist jetzt das Fazit? Ja, was ist also jetzt das Fazit? Kannst du dir Musikproduktion, sagen wir mal, im speziellen Mixing, kannst du das nur über Tutorials und Blogartikel usw. im Netz beibringen? Und ich würde jetzt als längere, nachhaltigere Antwort sagen, nein, das kannst du nicht. Und ich werde dir das in drei Punkten begründen. Punkt Nummer eins, warum du das nicht kannst oder nur sehr dürftig, warum diese Methode, diese Do-It-Yourself-Methode nur sehr dürftig funktioniert, ist, sie geht nicht schnell. Sie ist nicht effektiv. Ich habe es erklärt am Beispiel Tom. Du quälst dich Tage, Wochen, Monate lang durch irgendwelche YouTube-Videos, wo jeder irgendwie was anderes erklärt und wo du auch gar nicht weißt, wem du wirklich trauen kannst, weil bei YouTube kann jeder was hochladen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, es ist auch viel Quatsch im Umlauf und auch ich habe manchmal auf YouTube tatsächlich falsche Sachen erzählt. Das heißt, du kannst nie hundertprozentig trauen, was da erzählt wird und auch was da geschrieben wird, weil du die Leute meistens gar nicht kennst. Punkt Nummer zwei ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du viel Geld ausgeben wirst, relativ hoch ist. Und dann nehme ich mich jetzt selber in die Pflicht. Ich spreche auch von mir selber. Das ist meine eigene Geschichte. Du bist neu, du bist unsicher. Irgendjemand erzählt dir, hey, wenn du professionelle Mixe machen möchtest, brauchst du mindestens dieses und dieses Bundle von dieser und dieser Firma, sonst kannst du das vergessen. Das heißt, die meisten, ich sage mal 80% der Neulinge, fühlen sich dazu verleitet, wenn sie diese schlaue Werbung von den Firmen sehen, eine Abkürzung zu nehmen über irgendwelche Glitzer-Plugins, die alles ganz einfach machen, die jeder Idiot bedienen kann und der sofort dann zu einem Top-Musikproduzenten werden kann, der da sofort Top-Produktionen rausbringt. Also die meisten, ich behaupte 80, wenn nicht 90%, geben mehrere hundert Euro aus und lassen sich davon verleiten, dass du durch diese Plugins die Abkürzung nehmen kannst. Und der dritte Punkt, warum es ineffektiv ist, nur über Tutorials, nur über Blogartikel zu lernen und das ist der Allerwichtigste, ist, du wirst so kein System lernen. Und jeder Profi, den ich kenne, jeder ernstzunehmende Musikproduzent, jeder ernstzunehmende Audio-Ingenieur hat ein Mixing-System. Das heißt, er weiß ganz genau, wie fange ich an einem Mix an, welche Arbeitsschritte mache ich nacheinander bis zum Ende des Mixes. Und dieses System wenden sie immer an. Egal welches Genre, egal auf welchem Mix, egal wie viele Spuren, egal wie lang der Mix ist und so weiter. Du brauchst ein System. Du musst wissen, was du wann machen musst. Und deswegen, falls du dich für meine Mixing-Methode interessierst, dann empfehle ich dir mein PDF-Speed-Mixing. So habe ich das genannt. Das kannst du dir unten im ersten Kommentar runterladen. Da zeige ich dir mein Mixing-System. Ich zeige du, wie dir in 10 Schritten jederzeit zum perfekten Mix kommst, egal in welchem Genre, egal wie viele Spuren, egal wie lang der Mix geht. In 10 Schritten du weißt genau, was muss ich wann machen, wenn meine Rohrspuren vor mir liegen. Was mache ich als erstes, was als zweites, was als drittes, wann kommt EQ, wann kommt der Kompressor, wann kommt HAL, wann muss ich dies machen, wann muss ich das machen. Das erkläre ich dir in Speed-Mixing. Also unbedingt empfehlenswert. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich zum Schluss noch brennend deine Meinung. Wie hast du dir Mixing beigebracht oder wie bringst du dir im Moment gerade Mixing bei? Benutzt du nur offene Ressourcen wie YouTube, Google, Blogartikel, Foren und so weiter? Oder hast du dir schon einen Online-Kurs gekauft von einem Mentor, vielleicht auch von mir und lernst damit und das bringt dir was tatsächlich? Hast du ein Mixing-System? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!